Unten gegraben, aber nach 5 Blöcken war da halt ne Höhle. Ja. Jetzt hab ich auch ne Höhle gefunden. Oh Leute, ist noch ein unten drunter. Ich weiß gar nicht, was ist denn die Difficulty eigentlich bei uns? Keine Ahnung. Na auch mehr? Einfach. Die schalte ich mal hoch. Einfach noch? Ja, schalte ich mal hoch. Ja, schalte ich mal hoch. Ja. Oh fuck. Ende ist noch mit hier. Ja, einfach noch. Ist ja trotzdem doch nicht. Eigentlich ist ja schon... Geht ja schon so auch. So ist jetzt wieder Tag eigentlich. Wird gern raus. Weiß nicht. Sag mal an, ob... Ich glaube ja. Okay, dann gönne ich mir jetzt noch. Tuck. Kein Creeper? Gut, alles klar. Kein Creeper. So tief war ich noch gar nicht. Ach, das hier ist das Meer. Das laggt. Ja, Server gespeichert. Ich hab nen Eingang ins Meer gefunden. Von unten, von meinem Haus, also von meiner Höhle aus. Sehr schön. Krasser Shit. Kraaaake. So, dann geh ich mir jetzt noch das Gold gönnen. Dann ist ein Creeper beim Gold. Hast auch ne Höhle gefunden jetzt. Jaja. Ja. Ah, Redstone. Sehr schön. Diamanten. Ja, Mann. 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 Ich glaub... Was war das? Hartmann, Paul. Ein Creeper. Der ist von oben runter gefallen, der Spast. Ja, so ging's im Skelett. So, da hinten sind Diamanten. Wie komm ich da jetzt noch dran? Ohne dass die alle hier detonieren. Oh. Nochmals. So. Das hätt ich gerne... Das hätt ich gerne... Das hätt ich gerne... Das hätt ich belastend. Boom. Ich bin nicht gut im Kampf gegen Creeper. Hab ich das schon mal erwähnt? Hey, immerhin Monsterjäger. Jetzt hab ich... Ich hab schon so viele Gegner um ihr Leben gebracht. Aber jetzt hab ich erst das jetzt schief mitbekommen. Schon traurig. Lol, da wächst Kelp hier in der Höhle. Weil das wahrscheinlich noch mehr Biom... Als mehr Biom gilt. Funny. Wirklich. So, jetzt geh ich mir erstmal hier... Lapislazuli. Normalerweise ist es immer andersrum. Machen wir zum Entzaubern. Inzwischen ja sogar Lapislazuli. Ja. Beziehungsweise eigentlich zum Verzaubern. Entzaubern ist es ja eigentlich nicht. Egal. Ist das Holz? Ist das ne Mine? Ich hab ne Mine gefunden. Alter jetzt. Bei mir geht's ab. Jetzt geht's aber rot hier. Lol, lol, lol. Das war ein Silberfisch oder? Fuck, ich bin gleich tot. Ich geh dann mal wieder. Ne, irgendwas hat mich gehittet. Ohne dass ich wüsste, was es gewesen sein könnte. Halt. So, fuck, wo bin ich jetzt hinbekommen? Das weiß ich nicht. Stimmt von da. Ja. Gehen wir mal wieder hoch. Meine Treppe, wo ich mir die ganze Zeit in den Kopf stoße. Ist noch hell draußen? Ja. Gut. Gut. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach nem Schaf. Vielleicht lass ich meine Diamanten hier in der Kiste. Gerade auch noch. Kurz, also ich weiß wo ein Schaf ist, da geh ich jetzt aber kurz hin. Das geht natürlich. Auch. Ich geh mich direkt bei uns. Ist eins. Ah, da ist noch eins. Okay, gut. Ja, guck mal. Wohle ist... Kohle ist unwichtig. Also ich hab genug Wohle für zwei Betten. Ah, nice. Dann mach ich mir was dafür. Bische? Hier hinten. Vielleicht ist hier sowieso irgendwo ein Schaf. Ah, Moment, jetzt kann ich erstmal Bären ernten. Das ist noch nicht gewachsen. Hier hab ich jetzt was angepflanzt. Miam, 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 Miam. Ja, wie laut das einfach ist. Bei mir ist das gar nicht so laut. Mein Headset ist aber auch scheiße. Ich hab das Gefühl. Was ist das hier für ein Baum, Junge? Guck, was ist das da für ein Baum? Wo bist du? Hinter dir. Ah. Was? Was ist das für ein Baum? Der steht halt auf dem Dirtblock. So. Wollen sie mir geben? Nee. Dankeschön. Schon fancy mein Loch hier. Da den Kürbis kannst du haben. Ich hab den anderen schon konfisziert. Lol. Ich hab den Kürbis keine einfach nur mitgenommen. Funktioniert das so. Lustig. So, dann kann ich mir hier. Ist das hier Clay oder ist das? Das ist Clay. Wie kommt hier unten Clay hin? ETF. Jöi. Gena weiter. Ooh. Guck. Eae ja ja! Tüdelü, Tüdelü, Tüdelü. Hm. Ähm, die Server? Danke. Alles, alles, alles gut. Ich muss nur noch tausend Sachen nochmal bauen. So. Jetzt können wir uns Badge craften. Hier oben hab ich auch gerade gemacht. Dann geh ich unten mal farmen demnächst. So. Was ich jetzt vermutlich brauch, ist... Tiktok? Kannst dich hinlegen, bitte. Ist Nacht? Ja. Dann... Tue ich das genauso. Ich geh jetzt eh erstmal buddeln, also prinzipiell. Ja. Das ist auch so. Ja, ne, aber ich geh. Ich geh jetzt in die Freiheit. Und werd ein bisschen Holz fahren. Vielleicht mal überlegen, wie ich ein architektonisches Meisterwerk hier an dieser Stelle pflanze. Mach das. Erstmal wieder hier... Beeren abmachen. Eine pflanze ich an, eine esse ich. So. Kann sein, dass Feuer von Öfen knistert? Ich mein schon, ja. Bleu. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen neu. So. So.